Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu InScription. Wir sind jenseits der Schneegrenze auf dem Boss, wo wir schon einmal standen und jetzt wollen wir über triumphieren. Wir haben aber noch nur ein Leben, aber dafür einen vollen Rucksack. Und gerade nochmal in die Videoanalyse gegangen von unserem letzten Kampf, wo wir einen Lichtlein verloren haben. Was für ein Bosskampf egal ist, aber jetzt dürfen wir auf dem Weg dahin nichts mehr verlieren. Ich glaube, ich muss mir mehr Zeit lassen. Ich muss mir mehr Zeit lassen, den richtigen Zug zu finden. Ich stresse mich da immer zu sehr selber, irgendwie hier in einem Let's Play nicht so viel Zeit vergehen lassen zu wollen. Deswegen jetzt mit ein bisschen mehr Ruhe vielleicht in die Kämpfe gehen. Ja, erstmal Fälle. Und? Kann ich, ne? 2, 4, 6, 8, 10 haben wir noch. Ich will das nicht. Ja, mach's halt nicht. Das blockt doch. Außerdem kämpfen wir gleich gegen den. Mit dem Mario hat es keine Geschäfte mehr. Bitte dich. Jetzt müssen wir nochmal was opfern. Das ist auch immer gemeint, wenn man nichts opfern will. Ja, irgendwie sind wir nicht so im Opfermodus, ne? Wir haben heute letzte Folge schon echt ins... Also die Hirsche wollen wir behalten, weil oben rechts kommt ein Pilz, habe ich gerade gesehen. Das Wolfsjunge ist mega. Das wollen wir behalten, weil es schon aufgewertet hat. Das Kind wollen wir behalten, ein Eisvogel, aber eigentlich kommt nur der Landwürsch in Frage. Ja. Dann hast du noch eine Karte mehr geschiebt, aber es ist egal. Gott, das hat mich letzten Kampf nämlich echt beschäftigt. Also Instakill plus rechts... Ne, er schiebt nicht, er bewegt sich nach rechts. Okay, Instakill plus Bewegung. Eigentlich willst du das ja auch was haben, was nicht so viel Damage macht von außen aus. Bei einem Eisvogel ist er aber total dumm. Wieso? Ja, weil der halt keine Ads angreift. Achso stimmt, weil er keine Ads angreift, ja. Das ist eigentlich der Koyote, oder? Ja, oder der Reggie. Aber der hat schon... Ich weiß. Und das Kind, wenn er es sich verwandelt... Er hat auch Flug Damage. Stimmt. Geht auch, ist wie der Eisvogel. Wolf mal, der kein Damage ist. Das kann eigentlich nur der Koyote sein, oder einer der Hirsche. Aber die wollen wir eh zusammen merchen. Und die machen dann zusammen so viel Damage. Zumindest wenn das so funktioniert, wie wir uns denken. Das muss der Koyote sein. Na dann. Ah, die zwei letzten Dinger waren nicht gut. Da sind keine schönen Sachen dabei rausgekommen. Den Koyoten spielen wir halt auch nie. Ja. So, jetzt... Erstmal den Fight über den... Und dann Nachrichtslatschen. Und Merch. Genau, jetzt aber... Jetzt... Oh, Mann. Opener. Das ist doch ein Opener. Drei davon. Dann kriegen wir gleich... Okay, warte mal. Du stellst natürlich... Der greift dich an und geht dann erst nach rechts. Das heißt, du stellst... Das Wolfsjunge macht ja schon einen Attack, ne? Wolfsjunge macht zwei Damage. Das heißt, du stellst das Wolfsjunge... Wenn du es hierhin stellst... Darf ich kurz sagen? Hierhin? Nein, die Maus. Nein, die Maus. Wenn du es hierhin stellst, machst du es den platt. Nein, kommt erst noch. Genau, aber es ist... Ja, weil die drücken noch wieder eins zurück. Also ich würde jetzt... Wenn du es da hinstellst... Ich stelle es jetzt hierhin, macht zwei Damage. Einer steht auf jeden Fall hier. Wenn man attackiert, das Wolfsjunge wird dann nachher zum Wolf. Das wird dann 4-3er-Wolf sein, weil der geupgradet ist. Und killt dann einen der Hirsche sofort weg. Ja, das machst du auch auf dem Täter neben, aber ja. Beziehungsweise, wenn ich es hierhin stelle, ne? Killst erst ein Hirschkalb. Und danach wandert doch... Auf jeden Fall ein Hirsch... Nee, du greifst zuerst nichts... Okay, erst mal der Reiner. Ich stelle hier das Wolfsjunge, mach zwei Damage. So, dann greift das Hirschkalb hier an, das hier. Ja, und drückt eins weiter. Geht dann weiter. Dann killt mein Wolfsjunge das eine Hirschkalb. Ja. Und dann rückt doch aber hier irgendwann ein Hirsch hin, oder? Ja, sofort. Genau. Danach. Und dann macht... Und dann hat... Der Wolf hat doch dann aber 4-3. Kann ich mich hier auf was gefasst machen, glaube ich, in den Kommentaren? In der nächsten Runde... ...wären die jetzt alle Mighty. Aber er killt jetzt beide. Das ist doch gut. Das ist schon mal super. Nein, er killt beide. Ja, und wir brauchen eigentlich was auf der nächsten Lane auch. Genau, er killt beide weg und der Hirsch geht hier hin. Ja, und dann... Genau, ja. Und wird dann gekillt. Das war ja genau meine Überlegung. Das heißt, ich will jetzt hier aber was hinstellen. Ja, beziehungsweise... Ich kann aber nicht. Also, ich würde gerne das Hirschkalb natürlich, ich töte das Recht, ne? Ja. Hab nix. Kann nix. Kann es nicht töten. Aber du musst was ziehen. Garinchen für einen Kajoten, den ich nicht spielen kann. Das ist... Das ist... Das ist... Egal, weil ich brauche die denn... Was? Ja, die haben sich sofort entwickelt natürlich. In die Hirschhalte. Warum rechte ich mich? Die waren dann 2-4. Warum hilft mir denn keiner? Oh, Alter! Scheiße. Ich hab nicht aufgepasst. Nee. Aber du hattest auch nichts zum Hinstellen. Das Fell hättest du hinstellen müssen. Oh, was mach ich denn? Und das Eisding. Ich hab alles... Oh Gott. Okay. Bitte versuch noch, eine kleine Weile am Leben zu bleiben, lieber Jaffa. Nee. Doch. Ich hätte gerne einen Andenken an dich. Was hab ich gemacht? Ich hab nicht nachgedacht. Nein! Eine Todeskarte. Das ist richtig scheiße. Ich will doch nicht alles jetzt nochmal mit euch hier durchspielen müssen. Oh, das... Das Problem ist, wir... Das ist doch so. Funktionieren diese Spiele. Wir können ja nicht bis dahin spielen, weil wir haben ja ein anderes Deck. Das macht ja keinen Sinn. Nee. Ach, das ist doch kacke. Ja, weil du kannst es nicht rückwirkend nicht machen. So. Lass uns loslegen, bitte. Sorry. Okay, was soll unsere Karte kosten? Eins? Eins, oder? Nee, ist doch scheiße. Ja, natürlich. Und welches von beiden wollen wir nehmen? Ist mir scheißegal, es geht nur um die Kosten. Okay. Ein Blut vom Eisvogel. Aber das gibt's doch nicht. Jetzt hilft der Leute, hat jetzt abgeschaltet gerade. Also ich denke, es gibt's dumm. Verwende Kraft und Gesundheit. Ach, Quark. Das Stärkste. Aber zwei, drei auf jeden Fall. Ja. Ich will völlig konzentrieren. Ja, ich weiß. Deswegen hab ich auch die Maus in der Hand. Aber was hab ich denn da gemacht gerade? Äh, Siegel. Die Siegel sind alle kacke. Ich hab nicht geguckt, wie viel Leben ich noch habe. Ich hab nicht gerechnet. Ich hab einmal nicht gerechnet. Weil ich dachte, okay, ich kill die Lane und dann drückt er weiter und krieg ich da die Lane. Ich hab nicht gerechnet, dass er mir am Anfang schon Damage gegeben hat und ich vier Damage kreziere. Sind alle scheiße. Ja, ich weiß. Bloß nicht den noch weiterschieben. Einen anderen. Nimm den Hirsch. Wobei, nimmt er beide. Ja, er nimmt beide. Ich weiß, das hab ich gesehen, aber... Das war jetzt schon zu spät, weil du wolltest das nicht... Das ist ja immer schlimmer, ey. So, welchen Namen geben wir jetzt? Hast du einen Namen gefragt? Das ist so unfassbar. Ich gucke nach einem Namen. Es ist so unfassbar. Es tut mir so leid. Ja, es ist halt Lavados halt. Wie heißt der so? Wegen Arctos, Zapdos, Lavados? Keine Ahnung. Nee, sorry, ey. Das ist ja völliger Bullshit gerade gewesen. Kann ich neu laden? Ich glaub nicht. Das ist ja ein Roguelike. Das wird Insta speichern. Ist doch... Wär auch feige. Bin ich ehrlich. Ich war kurz wirklich feige. Der Tod wartet. Nee, der Tod ist schon da. Es waren jetzt die letzten drei Folgen. Einfach dafür, weil ich jetzt einmal komplett braindead war, oder was? Yes. Was meinst du, wie oft... Wie oft ich Leuten bei Slay the Spire zu gucke, 50 Mal, bis sie das erste Mal in den Boss legen, also das... Oh Mann, ey. Josh, das gibt immer Fortschritt. Das ist bei solchen Spielen so... Das hab ich letztes Mal schon gesagt. Jetzt hab ich nicht mal den Boss gesehen. Ja, keine großen Hoffnungen. Völlig zu Recht hatte, so keine großen Hoffnungen. Du wirst schon nach und nach lernen, siehst du? Ja, jetzt macht der sich auch noch über mich lustig, ey. Oder du wirst sterben, wäre wahrscheinlich das. Okay. Alter Schwede. Du möchtest diesen eingespannten Wolf in deinem Deck haben? Nee, möchte ich nicht. Öh, der Hermelin hat einen Kasten-Eiskopf und einen Kaktus. Das ist mein Opening jetzt hier? Oh Gott. Wie du willst. Ich hab nicht darum gebeten. Oh Gott. Okay. Okay. Sorry, ich bin grad ganz... Ich muss mich hier noch kurz mal fangen. Okay. Was macht dieses Goldschiffersymbol? Ich hab keine Ahnung. Ich bin noch lange nicht in dieser Runde angekommen. Ich bin hier noch... Okay, okay. Ich muss es doch... Ich bin motiviert. Ich muss es auch kurz verarbeiten. Also, ganz kurz mal rekonstruieren, was ist da gerade... Fuck passiert. Ich hab... Okay. Der Folge davor den einen Fight verloren, einfach weil ich dachte, gut, ich hab ja eh zwei nehmen. Muss ich nicht so genau hingucken. Jetzt hab ich tatsächlich einmal nicht gerechnet. Den Kampf davor hab ich verloren, weil ich vercheckt hab, dass der Rabe ja entsteht aus dem Rabenei und mir dann zwei Damage gibt. Nur diesmal sind die Hirschkälber zum Hirschkopf. Genau, das hatte ich auch alles auf dem Schirm, aber ich hab nicht gerechnet, dass ich davor ja auch schon zwei Damage oder ein Damage kassiert hatte. Ich glaub, ich war bei minus eins oder minus zwei durch die initialen Attack von den Kälbern. Und ich hab die Kälber komplett ignoriert gehabt. Scheiße. Ich geh hier ab. Okay. Hey, ich bin fix und fertig. Hab ich den gemacht? Gucken wir uns vielleicht die ofttränkliche Fleder im Haus. Wir wissen ja noch nicht... Oh. Kartenzähler, das ist was Neues. Der Wert für... Wie viele Karten du vielleicht auf der Hand hast oder ausgespielt hast oder so? Eins von beiden, ja. Das wär spannend. Aber hat nur ein Leben, aber macht dann viel Damage. Oder wir machen dann zwei Einser. Aber fliegen mit vier ist scheiße. Ja, kostet ja auch viel... Ja, dann nehm ich fast den Achter. Ich kauf doch nicht die Karte, weil ich keine Ahnung habe, was die macht. Oh, es tut mir so leid. Entweder den oder das in der Mitte. Den opfer ich zur Not an. Kann ich gleich opfern. Wenn der mir jetzt zu blöd ist. Wobei ich glaube, ich will den... Den... Okay. Also, das Stinkteil... Ist ne geile Fähigkeit. Also, ich will natürlich den Einer behalten. Ja. Der kostet nur zwei. Auf was könnte ich fliegen übertragen? Das ist ein Drecksdeck, Alter. Ich kann damit nicht arbeiten. Ich würde auch... Aber willst du wirklich fliegen über? Aber acht Knochen ist am Anfang echt hart, ey. Hm. Vielleicht hätte man doch das Tentakemonster ausprobieren sollen, was das macht. Ja, aber von der Perk, wo ich keine Ahnung habe. Ja, aber dann... Ich glaube, wir werden erst lernen, was der Perk macht, wenn wir das Ding ziehen. Shit, äh... Keine Ahnung. Was mein? Weiß ich nicht. Ochsenfroschfähigkeit auf... Auf den Hermedin übertragen. Eins, zwei, ja. Oder auf den hier noch übertragen. Das geht auch. Das Ding ist, der eigentlich will ich... Will ich... Will ich den nicht haben. Aber ich will diese Fähigkeit eigentlich auch nicht auf die anderen Karten übertragen. Weil ich spiele Karten, die, ähm, gerade... Deswegen muss ich... Ja, exakt. Oder... Ne, wobei, ich könnte die Stinkfähigkeit... Ach... Übertragen, Mann. So. Irgendwie Stinkfähigkeit auf den Hermedin. Mhm. Ey, ich habe einmal nicht fucking gerechnet, ey. Das geht so schnell in dem Game. Können wir mal bitte drüber reden, dass der Hermedin jedes Mal anders aussieht? In jeder Runde wird er irgendwie eckiger? Meinst du, der wird... Der wird menschlicher! Die waren auch alle mal früher Menschen. Guck mal, er hat doch jetzt schon... Welchen Menschen kennst du, der so aussieht? Er sitzt sowieso Narben und so ein quantiliges Gesicht. Ah! Und ich gehe hier an sowas. Ich konnte, Mann, ich konnte. Okay, ich muss jetzt hier richtig Progress noch ballern. Ja, nee, nee, nee. Du musst überlegen. Eins, drei, Gabel. Das heißt... Der legt sich selber nach rechts. Genau, das heißt, wenn du rechts jetzt was hinstellst, wird das mit eins angegriffen. Wenn ich den Hermedin hinstelle, der schwächt... Also, ich spiele den hier, er spielt den da, macht da, da, da. Aber wenn ich den jetzt hier den Hermedin hinstelle... Macht er keinen Damage. Macht er schon mal... Aber du greifst ihn auch nicht an. Ja. Und dann läuft da ein Zweiter, du musst erst überlegen. Dann läuft da ein Zweiter und macht hier und hier Damage. Genau, das heißt, er greift dann den Hermedin an, der blockt aber... Ja, aber ich kann das ja nicht ewig vorhersehen. Ja, 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 genau. Ja, ja, ich will ja nur den besten ersten Zug planen. Oh Gott. Er hat nichts gemacht. Ja, weitergegangen. Der eingesperrte Wolf blockt halt auch. Und ich hatte das Ganze... Ich hätte einfach nur den rüberangeln müssen. Ey, den scheiß wird... Warte, warte, warte. Der eingesperrte Wolf blockt. Ja, ich kann ihn nicht spielen. Ja, ich weiß, ich weiß. Also ich könnte, aber es ist... Ja, du musst den Eichhörigen ziehen, ne? Ja, ja. Jetzt macht er dir einen Damage und du machst ihm aber auch Damage. Du spielst... Oh, du machst dem... Ja. Ich mache jetzt einfach mehr Damage, das er mir macht. Okay. Ich habe eh nicht mehr Karten, ne? Ein Damage fehlt mir. Aber warte, wie viel hat unser Hermione? Noch zwei, okay. Der überlebt es... Ich habe jetzt gerade nichts anderes spielen, tatsächlich. Ja, du kannst die ganze Zeit Eichdinger opfern für Knochen. Nein! Du machst es nicht an, dann kriegst du doch auch keine Ballone. Tick, tick, tick. Jetzt kannst du zwei Eichhörigen hier an theoretischen opfern. Ich will nur mal den Wolf spielen, um ihn mal gesehen zu haben. Ja, er würde einfach mal blocken. Das ist einfach ein kleiner... Ja, ja, Kiste. Un-fucking-fassbar. Ich werde das die ganze Folge nicht verarbeitet haben. Also, wenn ihr euch jetzt... Ja! Das ist Missing No! Wir haben ja eben noch über Pokémon gesprochen. Okay, ganz kurz Informatik hinter euch. Was ist das denn? Ist das vor allem immer diese... Ne, ist nicht immer der 701-Code. Kann alles Mögliche sein, ne? Alles besteht doch aus... Ein Hirsch. Das Hirschkopf wird... Eigentlich wäre das schon fast witzig, wenn du die Mitte nimmst. Sorry, man kann es nicht nicht nehmen, oder? Ne, das ist auch ein... Ich glaube, das Spiel will wirklich, dass man es da schon durchscheitert. Das ist einfach ein Teil davon. Ich bin auch total bei dir. Es ist auch total okay zu scheitern. Nur die Art und Weise kotzt mich gerade so an. Okay. Weil ich dumm gescheitert bin gerade. Weil ich zwei Kämpfe hintereinander hatte, wo ich gestorben bin, wo ich einfach nicht sterben muss. Mal sehen, ob jetzt wir Game Over sind. Das verletzt ich. Kommentiert das nicht mehr. Hier kann ich, glaube ich, gar nichts kaufen. Weil ich letzten... War zu... Ach, ne, wobei es sind andere Objekte. Du hast drei, ja. Das sehen wir. Oh, ein Geschenk. Von meiner Freundin an, okay. Ah, komm her. Ah, eine Wurstfahrte. Ja, geil. Schadet nichts. Klar. Haben noch nicht so viel auf der... Immer nützlich. Auf der Kante. Hat den Rucksack dabei. Unfassbar, ne? Jawohl. Warte, er hat einen Hirschkalb wieder. Nee, jetzt wieder der Gabelbock. Achso, ja. Sorry, ich nenne das immer gleich, ich weiß. Ähm, Herr Merlinfrosch. Warte mal, Ergraf mit einem an. Und bewegt sich dann nach hier. Ja, und der Frosch hat wie viel Leben? Zwei, ne? Die haben eins, eins... Ja, eins, zwei, eins, drei. Dann musst du nämlich wieder was spielen, um schon mal Damage zu machen. Naja, was ich machen kann, ich kann jetzt hier den Himmelin hinstellen. Ja, der frisst ein Damage und schwächt ihn dann hier immer. Ja. Gibt ihm hier ein Damage. Boah, jetzt könnten wir eigentlich einfach... Wenn er weiter Damage ballern. Den Frosch spielen, einfach um Damage machen, ne? Ich glaube, das schadet schon mal nix. Und der hat eh zwei Leben, man kann es nur nichts spielen mit einem, weil das ist dann umsonst. Oh, jetzt kommt es ins blöde Hirschkäbchen. Gut, ist aber erst mal noch gelockt. Fressen beide, aber es ist okay. Jetzt bringt das den noch nicht um. Hier mache ich Damage, der Hirsch, das Hirschkab, wird gespielt, kommt dann hier hin. Und dann killt ihn doch aber der Himmelin. Oder? Ja, es ist eine... Genau, die Runde zählt noch nicht als Runde. Es zählt erst eine Runde, es geht dahin, geht eins weiter und digitiert dann aber sofort. Genau, aber er macht in einer Runde geht er hier hin und bewegt sich hier hin. Am Ende der Runde. Ja, genau, er bewegt sich richtig. Ja, genau, er bewegt sich richtig. Was ist das in ihn los? Du könntest versuchen, ganz viele Eichhörnchen zu aufhören, damit unser Truton einfach über den... Könnt man unseren Wolf da hinstellen? Wohin? Hier hin, für den Obstenvorstellst du hier ein Damage? Aber nee, nee, nee. Ähm, der kommt nicht ins Game, ne? Warte mal, ich... Fehlt ein Damage, ne? So, jetzt läuft er an. Jetzt läuft er, genau. Und jetzt musst du ihn sofort töten, bevor er digitiert. Die killen jetzt beide weg. Immer eine Random Castle? Ja, wahrscheinlich. Der Fischotter ist eine geile Karte. Macht einen Damage, taucht gut, er kann ihn halt hier hinstellen, aber... Weil der Fischotter ist geiler, wenn er fliegen könnte. Das ist wieder so unsere Merch-Kombi. Unterdauern und Fliegen ist nämlich geil. Ja, ja. Vielleicht hab ich übernommen. Ja. Jo. So, was haben wir jetzt links? Haben wir so eine Karte wählen? Rechts ist das Totem und Blut. Hier haben wir aber was, wenn wir voll. Und aber eine Falle, wir haben doch Fell. Also, nein, rechts oder links? Rechts wahrscheinlich. Ich würde rechts gehen. Ja, ich auch. Weil das hier ist Quatsch für uns. Ja, ja, auf jeden Fall. Eins, zwei oder drei? Drei ist zu viel, glaube ich. Ja. Zwei haben wir jetzt die Busch-Ratte. Ja. Haben wir doch noch zwei, ich glaube nicht, ne? Nee. Oder noch eine schöne Einer. Vielleicht ist es mal wirklich, dass wir sagen, wir müssen mehr die Einer-Karten spielen. Dass wir wirklich mal auf Kleinvieh auch gehen. Ja, Katze und so sind ja auch alles eine Drache. Ja, Kind. Kind. Also, Drache sag ich dazu mal. Nee, nicht der Bienenstock! Das ist random, das musst du jetzt sehen. Aber er stört doch auch nicht. Er ist eine gute Death-Karte. Okay, also, das müssen wir nicht vorlesen, das hatten wir schon mal. Jetzt bauen wir uns einen Toten. Ja. Aber wir haben hier noch eins, oder? Oh, entweder unendlich oder fliegen. Immer, also unendliche Opferbarkeit. Aber wenn sie tot sind, sind sie ja trotzdem tot. Was ist das hier für ein Kopf? Den können wir nicht auswählen gerade, das ist ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen, das ist dann... Wie, das zählt auf Eichhörnchen-Karten dann? Ja, wahrscheinlich. Aber das ist nicht zur Auswahl, das steht ja in einer zweiten Reihe. Ja, aber das heißt, dass wir es schon haben, doch. Ja, das haben wir nämlich gefunden in der Schubwache. Ey, aber heißt das ganz kurz mal, wenn ich das hier habe... Ja. Dass ich Eichhörnchen-Infinit opfern kann? Vielleicht, musst du ausprobieren. Wenn das wirklich ein Eichhörnchen ist? Ja, sonst sind sie fliegend und das bringt uns nichts, weil... Ja, und das wäre ein Wolf. Ja. Ich versuch das mal. Probier's halt aus. Das ist doch ein Eichhörnchen. Weil das... Hä, aber das wäre ja komplett imber. Sieht aus wie ein Eichhörnchen. Ich kann dafür ja nichts. Das müssen wir jetzt ja testen. Wie wäre es denn mit in diesem Bosskampf? Äh, in diesem normalen Kampf. Aber für mich ist gerade jeder Kampf in einem Bosskampf. Siehst du? I told you so. Alter. Okay, das ist richtig gut. Aber wir haben nur jetzt das Eichhörnchen, wenn wir es aus der Schublade gezogen hatten. Das ist ja nicht für immer bei uns. Ja, wir haben das letzte Run aus der Schublade gezogen. Ja, richtig. Das geht halt nur, weil wir haben das Glück, dass wir... Hä, aber ich kann's... Funktioniert es denn aber jetzt? Warte mal. Hä, einfach mal... Ach, die hat... Das ist gerade gekommen mit unserer Random-Karte. Wir haben diese Random-Karte gezogen. Die Nuller- und Einser-Karte. Scheiße. So, was hat er überhaupt gespielt? Ach so, ist die Random, ja. Das müssen wir schnell besiegen. Ja, ist schlecht. Wir haben... Null für Null. Oder den Bienenstock im Weg stellen. Ja, aber es braucht eine Biene. Okay, wir können halt gleich einfach ein Einer-Ding ziehen. Aber warte mal ganz kurz jetzt. Wenn ich... Es geht um die Frage, ob ich das jetzt richtig verstehe. Wenn ich das Eichhörnchen jetzt hinlege... Ja. So. Dann kann ich es sacrifice. Die Frage ist, akzeptiert er hier, dass ich den Infinite sacrifice kann? Weil ich könnte ihn jetzt doppelt sacrifice und dann eins von den beiden Dingern hier entschwingen. Hä? Ich muss es jetzt testen. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Es ist jetzt ein Test. Okay. Sonst spielst du halt das andere Ding. Ich stelle es natürlich nicht an. Okay, sie müssen... Da müssen zwei liegen. So, aber was passiert jetzt? Jetzt kommt das Eichhörnchen noch gleich wieder. Ja, du kannst es nicht unendlich in einer Runde sacrifice. Es bleibt nur liegen. So wie auch sonst die Katze oder so. Genau, aber wenn ich jetzt nochmal eine Karte spielen würde... Eine zweite? Ja, könntest du es wieder opfern. Das heißt, für die nächste Runde habe ich einfach schon mal ein Eichhörnchen liegen. Dann werf ich es ihm halt einfach in den Weg. Ja, wie sonst auch. Das ist jetzt eine Katze quasi. Das Eichhörnchen ist jetzt eine Katze. Ja, nur, dass halt alle Eichhörnchen, die wir haben, jetzt Katzen werden. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber die Mechanik bleibt ja nicht. Aber man kriegt eine Biene pro Damage. Okay, das macht den Bienen schon ein bisschen besser. Jetzt kriege ich den natürlich nicht mehr gekillt. Aber du könntest den... Oh, mach den... Den Wolfskäfig vielleicht? Einfach mal rausfinden, was der macht. Ja, weil der Wolf greift uns sonst mit drei an, ey. Boah, man muss aber auch aufpassen. Das heißt, ich ziehe jetzt... Warte mal, ich spiele jetzt noch einen. Oh, sonst hast du keinen Platz. Ja, ja. Aber du brauchst jetzt zwei, um Leute zu rufen. Genau. Weil ich jetzt einfach hier die beiden Lanes quasi mit Eichhörnchen... Und dann kann ich den Rest einfach immer bespielen, oder? Ja. Und jetzt offerst du beide für den... Weil ich wissen will, was da passiert. Wahrscheinlich erstmal nichts, sondern er blockt. Ist meine Vermutung. Ja, ja. Aber was dann? Was dann genau? So, jetzt brauchen wir mal Damage eigentlich. So, der wird hier den... Wir können eh keine... Ich könnte hier mal Zini bleiben für immer, sonst... Ah, aber das Fiese ist, man kriegt jetzt keine Knochen. Das heißt, ein Knochendeck zu bauen, wäre dumm. Durst. Ja, ist das Idee. Weil wir kriegen jetzt keine Knochen mehr. Wir brauchen also keine Knochenkarte. Voll weg. Ohne Knochen, ja. Das heißt... Wir wissen nicht, was das macht, aber es würde halt einfach sterben, ne? Ja. Wir müssen es ausprobieren. Nee, ich spiele jetzt hier einfach eine Biene. Oh, die fliegt ja. Ja, okay. Aber stimmt, die... Ah, shit, du hast recht. Die fliegt, ja. Ah, da kommt der Wolf. Was war das? Okay, da habe ich mir gedacht. Das habe ich mir auch gedacht. Das heißt, es ist ein Taunt und dann wird es dann normal. Das ist eine gute Karte. So, jetzt... Also, der Wolf tötet den Wolf, aber guck mal bitte auf unsere Uhr. Okay, wir sind noch guter Dinge. Das ist... Ich meinte nicht diese Uhr, ich meinte die da oben. Ja, mittelmäßiger. Den Tutern können wir jetzt komplett knicken. Ja, okay. Aber die Zeit ist, wir bauen uns jetzt für diese Runde echt ein Deck, was um diese Mechanik herum funktioniert. Ja. Weil die werden wir immer von Anfang an so spielen können. Mhm. Das heißt, aber wir werden eigentlich keine Eichwörnchen großartig. Wir brauchen zwei Eichwörnchen. Das heißt aber auch, dass umgekehrt natürlich Sachen, die teurer sind, irgendwie, ne? Drei wird dann schon schwierig. Also, bei drei Eichwörnchen ist das auch selten. Okay, jetzt habe ich hier natürlich ein Problem. Den möchte ich... Könnte ich jetzt einfach noch eine Biene hinwerfen. Um den Damage abzufangen. Der Frosch macht halt ein Damage und dann... Beschäftigt. Das ist nur eine Beschäftigungstherapie hier links. Ja, du kriegst jetzt nur noch Knochen durch. Ich mach den schwächer. Das heißt, er ist ein 2-2er. Das ist okay. Ja. Das ist cool. Das wird eine interessante Mechanik auf jeden Fall. Müssen wir nur aufpassen, so. Jetzt mal gehen wir Face. Aber wir müssen immer ziehen. Interessant. Ich bin... Es hat auf jeden Fall eine taktische Finesse. Ja, vor allem sind die... Naja, bis sie angegriffen werden, geblockt. Die sind ja nicht unsterblich. Sie können sterben, genau. Wir machen eins so unsterblich. Nein, das ist... Oder... Anderes. Man könnte ihnen Damage geben und Insta-Kill. Einer Karte. Aber Eichhörnchen sind ja nicht im Deck. Also die sind ja keine... Ach stimmt, man darf die nicht verbessern, oder? Ich weiß es nicht. Haben wir noch nie ausprobiert. Nee, kann man nicht. Kann man nicht. Verstehe. Ja, okay, wir sind enttäuschend. Das würde nur gehen mit so Karten wie... Den dem Wolfs irgendwas, der links, rechts plus Damage gibt. Wir kriegen jetzt Zähne für Fälle. Achso, weil ich nichts hatte. Tote haben wir schon. Wir sind voll. Wurstack haben wir schon. Das heißt, wir verbessern. Genau, wir gehen jetzt echt mit der Strategie, ne? Ja. Und das ist jetzt... Ab jetzt, finde ich, macht es Spaß. Jetzt zwei Lieben, ey, das ist gut. Ab jetzt ist es für mich auch ein richtiges Walk-like. Und so ein Deck-Building-Ding. Weil das Problem ist, am Anfang ist es nicht so richtig Deck-Building. Weil das ist halt ja immer so ein random Faktor drin. Ja, jetzt kommen wir langsam... Also so gesehen war meine Tote ganz gut. Weil jetzt dadurch mit jedem Tote neue Mechanics reingekommen sind. Ja, und mehr Deck. Mehr, mehr... Mehr Optionen. Also. Also wir haben uns... Also ja, ich meine, die Knochen-Mechanik ist... Der ist halt eh schwierig, ne? Aber deswegen werden wir die nicht verbessern. Nee, wir werden den irgendwann loswerden. Das ist, glaube ich, der Wolf, oder? Ja, ein 3-4er-Wolf, finde ich auch. Oder eine 2-4er-Busch-Ratte. Einer von beiden. Ich denke mal, wir nehmen. Ich würde den größeren Angriff nehmen, ja. Weil der hält dann auch so ein Kirsch... Äh, Kirsch, Kirsch. Kirsch, Kirsch. Kirsch, ja. Ja. Yes. Ich warte aber übrigens auch auf den Durchgang, wo sie die einfach fressen am Lagerfeuer die Karte. Ja. Yes, der... Zack, der erste Boss. Ja, gut, wir machen halt wieder... Wobei, ich sage, ich halte mich zurück. Ich mache hier nichts mehr im Schlaf. Nee, vor allem, weil die Mechaniker jedes Mal das ist. Ja. So, was hat er jetzt gespielt? Erstmal gucken. Koyote... ...Hintupack-Muni. Den können wir einfach den Ochsenfrosch in den Weg werfen. Wenn er das Ganze spielt. Wir können übrigens dann echt die Busch-Ratte. Ganz kurz überlegen, wie wollen wir es eröffnen. Ich könnte das Eichhund jetzt einfach hinlegen. Und einen Bienenstock irgendwo hinspielen. Aber... Boah, der ist auch scheiße. Ich hasse den Bienenstock. Der blockiert halt auch Platz einfach. Ja, ich könnte jetzt ihm einfach hier den Bienenstock in den Weg werfen. Und dann mit der Biene den killen. Ja. Einfach um... Ja, feilt. Deswegen ist der Bienenstock... Produziert jetzt nur eine Biene, weil der Demister stirbt. Und ein Knochen. Jetzt könnte man... Ich muss eh erst ziehen. Eins, drei... Ja, entspiele ich natürlich den. Und der macht den jetzt platt. Vielleicht wird der Wolf... Das wird gleich zum Wolf. Genau, aber der hat dann nochmal... Äh, mindestens zwei Turns fängt er ihn da ab. Ist eigentlich ganz okay. Der Maulwurf stellt sich im Weg, aber nur wenn er es kann. Haben wir noch viele Items? Ja. Wir können auch nicht die Busch-Ratte spielen. Ich habe drei Items, würde ich... Genau, weil der Haken zählt ja jetzt Item. Also man kann sie natürlich trotzdem spielen. Ich könnte jetzt einfach den Ochsenfrosch hier hinwerfen. Oder... Achso. Oder erst mal eine Karte ziehen. Der hat jetzt einen Wolf, okay. Der Wolf macht aber nur Sinn, wenn ich... Ich könnte die Biene opfern, oder? Ja. Ja. Kannst du? Die Biene ist doch opferbar, ne? Jeder der Karte ist opferbar. Also zumindest, solange sie... Was... Was steht denn da gegenüber überhaupt? Ah, der Maulwurf. Da war ja gut, der Maulwurf. Ja. Der geht dann da auch rein. Und hier geht er jetzt... Guck mal, jetzt geht er hier ein, dann kriegt er da vier. Ja. Vielleicht kriegen wir Damage. Er geht nach links. Ach, steht er erst an. Natürlich, er kann ja nicht nach rechts gehen, weil er stehen kann. Ja. Aber ist auch okay, weil der Wolf uns da hinten nicht angreifen kann. Zwei Damage fehlen mir. Äh, also ein Damage fehlen mir. Ich brauche noch zwei zum Sieg. Kann eh nichts machen. Dann ziehen sie gerade hin. Ach, ich scheiße, hier muss ein bisschen... Stimmt hier, okay. 0-3. Interesting. Das hat auch eine Blockerkarte. Das gibt bestimmt auch eine coole Taktik mit so... Boah, der fängt ja mal beide ab. Das war jetzt ein bisschen bitter, ne? Weil der fängt hier den einen ab von dem und der fängt ja die drei ab von dem. So, ich will natürlich auch nicht zu viel spielen, weil ich weiß, dass... Nee, du musst jetzt unbedingt den Damage blocken vom Wolf. Ich fahre mit... Nee, wir gewinnen jetzt eh. Also zumindest die Runde ist ja schon gewonnen dann. Ach, stimmt. Ja, dann spiel doch ein Eichhörnchen. Dann auch wirst du ein Eichhörnchen. Nee, ich mache jetzt gar nichts. Stimmt, du musst ja nichts drücken. Ja, ja, ich habe vergessen, dass man nichts macht. Ja, dass man ja auch passen kann. Das einzige Ding ist, dass jetzt hier, glaube ich, das offen bleibt. Ah ja, und jetzt können wir nämlich kein Eichhörnchen spielen. Aber wir haben keine Karte, die nichts kostet, ne? Kostet das... Was kostet das Stinktier? Äh, eins. Was haben wir noch? Den Rauch sonst nur. Rauch für vier Knochen? Ja, dann könnten wir den fetten Vogel spielen. Wenn wir jetzt ziehen. Ja, Hauptsache, genau. Erstmal Damage abwehren, ne? Ja. Ja, wir müssen erst ziehen. Naja, du kannst gleich alle Angriffskarten ziehen, die wir haben. Dann haben wir unsere Hand auf jeden Fall am Start. Das hasse ich halt an dem, ne? Der verlangsamt halt deinen Game Compact. So, jetzt drohen uns... Ja, jetzt guck mal, wie viel wir... Ja. So, der killt uns jetzt, wenn wir nichts in den Weg schaffen. Aber das kriegen wir ja eh nicht. Der Tutan würde nur... Würde blocken, aber würde... Okay, aber er macht doch drei Damage. Ja. Ich könnte den Tutan hier hinstellen. Dann blockt er den... Dann blockt er den Bluthund. Ja, das ist gut. Aber du kannst dann halt nichts nach rechts stellen. Außer du opferst ein Eichhörnchen. Das kannst du ja auch mal machen. Ja, weil ich jetzt eh nur noch Eichhörnchen ziehe. Ja, ja, du kannst ruhig ein Eichhörnchen dann auf die Analyne stellen. Oh, hab ich... Achso, ich muss noch ziehen. Hast du? Ja. Weil es stirbt ja. Das bleibt ja dann... Weil es... Das könnte sogar funktionieren, weil ich jetzt drei Damage mache. Ich kann mal, der wird ja zweimal attackieren. Und der hier wird jetzt... Ich kann einfach ihn da blocken. Jetzt machen wir nämlich den gleichen Trick. Man, ja. Oh, jetzt geh ich einfach rüber. Ja, ja. Das hab ich dir auch gesagt. Das ist ja geil, wenn man die Eichhörnchen aufbauen kann. Wenn wir eh so viele haben und schon noch Karten. Ja, wenn das Deck so schlank ist, ne? Ja. Aber dieses Deck ist der Tod, wenn wir zu viele Karten haben. Yes. Mal sehen, was wir ziehen. Ach, ich mag das. Jeder One fühlt sich halt auch wirklich nach neu an, ne? Ja, ja. Aber jetzt bin ich halt zweimal an einer ähnlichen Stelle gestanden. Deshalb möchte ich jetzt unbedingt vorankommen. Also überlegen wir kurz. Der spricht mich nicht so an, muss ich sagen. Weil den hat man letztens mal irgendwie... Ey, Knochen ziehen wir auch nicht, haben wir schon gesagt. Weil wir haben keinen Knochen-Deck. Ja, weniger. Es sei denn, wir wollen seine Fähigkeiten auf jemand anderen übertragen. Aber auch das finde ich schwierig mit festen Karten. Ja. Dann schieben wir ja die anderen nur hin und her. Ja. Warte mal, das Mischwesen... Hat es nicht auch? Zählt es als Eichhörnchen? Ja, guck mal. Zählt als alles, oder? Das kann ich jetzt hier nicht mehr sehen. Weiß nicht, ob es als Eichhörnchen-Wesen zählt. Das heißt, aber... Das zählt irgendwie als Hirsch, Wolf, Insekt. Eine Menge. Ja, aber trotzdem, eine 3-3er wäre auch nicht schlecht. Oder den Gag, der kostet nichts. Den könnten wir dann immer spielen, notfalls. Ja, wobei ich glaube, an einer Karten mangelt es jetzt noch nicht. Bin ja mal das beschwissen. Gut, liebe Leute, oder? Ja, unseren Weg setzen wir dann in der nächsten Folge fort. Einen Augenblick. Okay. Achso, ich dachte, er hat wirklich was Neues. Jö. Aber es sind die alten Texte. Wir sind wieder im Sumpfgebiet. Ich hatte gehofft, wir durchqueren... Aber guck mal, wir kennen jetzt ja hier die Welten ganz gut. Das nächste Folge ballern wir durchs Sumpfgebiet in die Schneegrenze rein. Gucken wir uns unser Deckfall nochmal an. Ja. Können wir nämlich einfach auf unsere Aufnahme machen. Ich glaube, ich war jetzt auch ein bisschen unkonzentriert in der Folge. Das kommt vielleicht noch dazu. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, wenn ihr irgendwie jetzt da mitgelitten und mitgeflucht habt. Ja, ich muss es konzentrierter angehen, ganz einfach. Man muss wirklich ganz jedes Mal aus sauber rechnen. Man darf auch nicht diese Kleinkämpfe auf die leichte Schulter nähen. Weil da verlierst du dann halt unnötig einen Punkt, einen Lichtlein. Und dann rächt das sich halt brutal. Also das darf nicht passieren. Es bleibt spannend. Und auch in der nächsten Episode wieder von Inscription sehr, sehr gerne wieder mit euch. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. 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 Tschüss.